Jo moin Leute, die zweite Bundesliga beginnt und am ersten Spieltag tippen wir jetzt den ersten Spieltag in der Saison 2019 2020 los geht's heute um 20.30 Uhr die beiden Absteiger gegen einander VfB Stuttgart gegen Hannover 96 und das geht 1 zu 2 Ausführer Hannover 96, dann Hamburger SV gegen Samstag 98, 5 zu 0 für Hamburg Spielt an 1.000 3 zu 0 für Hamburg Spielt an 1.000 3 zu 0 für Hamburg gegen VfB Bochum Dresden gewinnt den Nürnberg 3 zu 2, führt den FC Erzgebirge Aue, das gewinnt Goethe Fürst mit 3 zu 1. Der Aufsteiger VfL Osnabrück gewinnt sofort das erste Spiel, den ersten FC Rheinland mit 3 zu 1. Und noch ein Aufsteiger SV Wien-Wiesbaden, den noch ein Aufsteiger Karlsruhe SC, das gewinnt Wiesbaden mit 2 zu 1. So, das war's vom Tippspiel vom ersten Spieltag in der zweiten Bundesliga-Saison 2019-2020. So, lass den Kettenraum nach oben da, vergiss nicht zu abonnieren und die Sendung dann starten. So, dann. So, dann.